Also... Du... Faced on... Okay, ich wollte den Schaden genommen. Ist okay. Jetzt müssen wir einfach nur... Trap Zap... Ich hab mich verklickt. Ah ja, hier sind definitiv viele Fallen. Nachricht, ne? Ne, ist nur Trap near, Trap near, Trap near. Ganz viel Kram. Ganz viel Kram. Nix. Irgendwie... Ups. Ey, ist das komisch? Ah, das ist natürlich nach Süden. Ne. Yay. There is something special near. Irgendwas besonderes. Hier auch. You have entered the living chamber of Bashar Kavilor. Aufschreiben. Bashar... Kavilor. The High Priest. He screams infidel. Face now the rest of the servant of the mad one. Okay. Defend. 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 Barzong. Look. Use. Firehorn. Hide. Cast. Single Target. Arc Fire. Arc Fire müsste mehr als genug Schaden inzwischen machen. Und... Den Mind Step auf dich. Oh. Hat nichts gebracht. Und der ist tot. Die Bosskämpfe sind echt komisch. 44 Goldmünzen. Mhm. Mach bitte... Oh. Second Side ist noch aktiv. Ah. Das wird also nicht mit der Flamme gelöscht. Das ist schon mal super. Weiß ich kann jetzt wieder die Dinger hier benutzen. Weil ich brauche nicht den anderen Faktengespruch für... Ah. Für nur dergleichen entdecken. There is something special in hier. Ach Jungs. So. Fight. Assaultsmen. 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 So. Und ein Helm. Was ist da special? Sagt er special, weil der Gegner da war? Oder weil hier irgendwas ist, was man... Hm. Gehen wir noch da weiter. Ja. 49 Whites. Oh. Wind, 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 Wind. Und... Oh oh. Sind jetzt alle... Oh Gott. Alle 49 sind jetzt dran, bevor wir dran sind. Das heißt, die fressen uns eventuell auf. Das sieht gut aus. Okay. Und wir sind dran. Ah. 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 12.000 Goldmünzen fast. Und ne Waffe. Und ganz viele Erfahrungspunkte. Und überhaupt. Und wir sind alle alt. Du, Zauber, Heilung, Restoration, danke. Da ist was Besonderes. Ja, okay. Keine Ahnung, wie mehr Regulier hinkommt. Aber wir sind da. This is the high priest's treasure chamber. His pet dragon, Sphinx, pierce at you hungrily. Sphinx, eat now. Growls. Also die Drachen scheinen in diesem Universum nicht sehr intelligent zu sein. Oder das war, keine Ahnung. Ich schreibe mir Sphinx auf. One Grey Dragon Fight. Attack, attack, attack. Du treller mal den weiteren Schutz. Du versteck dich. Du machst Single Target auf den Drachen. Du machst Single Target auf den Drachen. Das ist nicht gut. Ja. Das ist ganz und gar nicht gut, weil sie kann uns raus teleportieren. Und die sind alle alt. Und wir haben keine Trap-Zappen-Gunnen und überhaupt. Was haben wir denn da? Achso, Gwen ist ja auch tot, ne? Ja, perfekt. Leafchest. Okay, Sphinx ist... Fuck. Ähm... Ich gehe mal. Ich komme später wieder. Also muss ich ganz viel Gold ausgeben für Wiederbelebung und Entaltern und sowas. Hier ist richtig, ja. Oh Mann, 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 oh Mann. Glück gehabt. Okay, ins Gewusel. Beim Gewusel rechts, also Westen raus. Handel, Todesfalle vorbei. Und raus. Puh. Also man muss wirklich die Magier alle dabei haben, um durch Wände gehen zu können, um alles wirklich machen zu können. Ja, weil es gibt jetzt auch recht viele versteckte Sachen. 19.000. Also ich hab's, ja, aber das war früher so viel Gold. Gut, dankeschön, dass wir das ganze Geld ausgeben durften bei euch. Exakt so, und du kannst wieder nach oben? Ja, du kannst das Feuerhahn mal ausrüsten. Und wir sollten jetzt in die Abenteuergilde den Tag verstreichen lassen, dann zum Schmied gucken, was wir für Sachen gefunden haben. Da fährst du irgendwas Neues bei. Wobei ich nicht glaube, dass es was Besseres sein wird, als das Mithrilzeug aus dem Schloss. Aber wenn man das so in Etappen unterteilen würde, wäre ja Sur Etappe 1, jetzt Mad God Temple Etappe 2 und Castle Etappe 3. So, alle Buffs weg. Das sollten wir ändern. Major Levitation. Äh, Schutz. Second Side. So, du, identifizieren. Eine Waffe ist ein Mr. Mace, ein Helm ist ein Mr. Helm. Den könnten wir, glaube ich, gebrauchen. Instrument ist irgendwas, was... Eine Harfe. Und das war's, okay. Verkaufen. Wir brauchen keine Figurine. Wir brauchen keine Hawklet. Wir brauchen keine Harfe. Wir brauchen keine Speer. Wir brauchen keinen Buckler. Keine Scale Mace. Keine Mace. Kein Licht. Keine Harfe. Keine Speer. Kein Barzard. Kein Barzard. Kein Buckler. Keine Manoline. Keine Scale. Keine regulären Arrows. Keine Robo. Keine Lederrüstung. So, nun... Du bekommst ein Mr. Helm. Und Mr. Scale haben die Barzard schon. Kann also auch weg. Ein Lied fehlt noch, bevor wir in den Dungeon gehen. So. Den. Neue SP. Nachdem er gebraucht wurde. Immer gebrauchen. Oh, Level Ups habe ich gar nicht. Hatte sie auch keinen? Oh, warte, die sind falsch rum. Sie hatte einen. Ne gut, ich könnte eine neue SP. Klasse freischalten. Also nehme ich das mal mit. Advanced. Ui, 8 HP ist super. Äh, Spell Acquiring. Ja, gibt es. Cat Eye. Äh, fast perfekte Nachtsicht, die unendlich hält. Hoffentlich auch im Dunkeln. Oder zumindest nicht Debuff wird im Dunkeln. Vanishing Spell on the entire party. Was heißt das? Das heißt, wir werden nicht mehr angegriffen von random Monstern? 1 HP. Das ist übel. So, du mach mal. Katzen Augen. Persistent. Das ist einfach nur ein Licht. Entdeck keine Geheimtöne. Aber das macht halt Second Side. Okay, mal schauen, ob das bei Darklands weggeht. Und ich denke mal, es wäre echt doof, wenn es weggehen würde. Weil wir haben so viele verschiedene Lichtzauber jetzt. Die, die, ja, alle unnötig sind. Falsche Ecke. Da. Also. Kommt, was fehlt noch? Gott. Todesfalle. Ja. Ja. Krass. Das war nicht schön. Ich habe vergessen, dass das Ding versteinert. Nee, denn das macht irgendwie nur Blades oder so. Ja. Und genau so verliert man dann die 100.000 Gold wieder nach und nach. Das heißt, ich muss bei der Todesfalle wirklich jedes Mal. Nein, 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 nein. Schöp, sep. Okay. Jetzt. Also an der Todesfalle vorbei. Ins Gewusel. Ich will. Oh, komm schon. Use Feuer. Und da drauf. Find, find, find. 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 Ich will doch nur schnell hier durch. Okay. Ein Gegengif. Ein Gegengift, bitte. Auf. Mälo. So, also ins Gewusel. Beim Gewusel nördlich raus. Nicht in den Nebel da rein. Something special ist. Achso, das ist das. Ja. Das ist der Nebel. Trap, sep. So. Die Etage kennen wir ja auch noch. Ist alles gut. Runter. Hier durch. So, wenn ich jetzt hier reinlaufen würde. Willst du schon lange Zeit? Wäre ich jetzt wieder auf der Ebene 3, wo ich eben gerade bin. Ich schaue hier mal kurz. Oh, das sind so viele fallen. Das werden nicht alle Steine fallen sein. Also ich laufe hier über einen Kreis. Okay. Du. Hei-Long. Äh. Warte. Du. Hei-Long. Besser. Okay. Wizard. 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 Starflare auf die Kontrolle. Feuerraum auf die Defendung. Alle Wehrdinger weg. Also es kommt mir so vor, als wenn wir in letzter Zeit öfters nicht fliegen können. Ich weiß nicht woran das liegt. Stairs, ne hier sind nur die Stairs die wir von drüben kennen. Und das Katzenauge funktioniert nicht im Dunkeln. Es wird auch debuff, das heißt es ist einfach nur wie jeder andere Lichtspeller auch. Was er wenig enttäuscht ist. Zu Ende, zu Ende. Hier werden jetzt noch oben und unten jeweils einen kleinen Raum sein mit einem Fight. Okay, hier ist kein Fight. Raus und bitte... Achso, wir können irgendein Licht machen, wir haben ja das andere. Moment, so. Also wirklich toll finde ich die optionalen Gräber hier nicht so. Das heißt, ich gehe jetzt wieder durch die Wand runter. Und hier... Gucke ich mir jetzt weiter um. Geht das nach Westen noch weiter? Ja, es geht wahrscheinlich bis eins denn so runter. Something special ist in hier. Ja, da kommen wir in die nächste Etage. Da ist auch something special. Ach, die Whites. Vielleicht weil es ein Fatpixer spawn ist. Ich guck mal kurz hin. Nein. Ja. Wir müssen auf jeden Fall... alle drauf gehen... mit denen zaubern... mit denen zaubern... die Mälen... mit denen zaubern... Ja.